Hallo und herzlich willkommen hier zum neuesten Video auf unserem Finanzwege-Kanal. Wir präsentieren euch heute einen News-Update zu Coinbase. Wir hatten ja schon bereits ein Video zum Coinbase-IPO gemacht, also wenn ihr fundamental was zum Coinbase-Unternehmen erfahren wollt, dann schaut gerne nochmal unser Coinbase-IPO-Video. Hier wird es jetzt darum gehen, was aktuell, sag ich mal, seit den IPO alles so passiert ist und was man dazu sagen kann und was man natürlich für die Zukunft, beziehungsweise wovon wir in der Zukunft für Coinbase aussehen werden. So, ich würde sagen, wir schauen uns als erstes vielleicht mal den Chart an. Hier können wir schon eine ziemlich interessante Kursentwicklung wirklich sehen. Viele hatten ja bei Coinbase damit gerechnet, dass Coinbase einen sehr, sehr guten IPO hinlegen wird. Das war auch erstmal so der Fall, kann man eigentlich, kann man schon von sprechen. Die Analystenerwartungen wurden teilweise aber auch nicht ganz erreicht, muss man auch ganz klar sagen. Allerdings muss man hier zwischenzeitlich natürlich, hatten wir hier Kurse von 430 Dollar gesehen. Das entspricht ungefähr einer Marktkapitalisierung von 112 Milliarden US-Dollar. Aktuell hätten wir jetzt eine Marktkapitalisierung von 59 Milliarden US-Dollar bei knapp 299 US-Dollar Kurs. Prinzipiell muss man hier natürlich dann sagen, die Analysten hatten im Vorfeld gesagt, beziehungsweise Investoren gingen im Vorfeld davon aus, dass man so ungefähr eine Marktkapitalisierung von 67 Milliarden US-Dollar damit rechnen kann, die Firma so bewerten würde, die Investoren. Wir sind jetzt aktuell bei 59, das heißt, hier sind wir nur leicht drunter gefallen. Allerdings waren auch einige Analysten wirklich deutlich optimistischer und haben gesagt, eine Bewertung knapp über den oder beziehungsweise ein Stück über den 100 Milliarden US-Dollar wäre auch realistisch. Und davon sind wir dann doch ein ganzes Stück entfernt mit knapp 40%. Prinzipiell ist es natürlich ziemlich interessant, sich anzuschauen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Coinbase war ja eine Direktplatzierung, also kein typischer IPO. Es wurden keine neuen Aktien ausgeschüttet, sondern es wurden einfach nur Aktien von bisherigen Investoren ausgegeben, beziehungsweise auf den Markt gebracht. Das größte Bei war hierbei ganz klar die Investmentgesellschaft ARK Invest. Das ist die Investmentgesellschaft mit dem CEO Casey Wood. Da haben bestimmt auch schon einige mal was von gehört. Sie investieren in ziemlich moderne, technologische Werte und dementsprechend haben sie hier auch beim Coinbase IPO zugeschlagen und haben zwischen eine ziemlich große Position von knapp 1,9 Millionen Shares aufgebaut. Am ersten Tag haben sie, glaube ich, knapp 750.000 Shares gekauft. Dann ist es aber natürlich auch ganz klar zu sehen, dass einige Insider, beziehungsweise CEO, Mitbegründer, Mitarbeiter der Firma ganz drastisch natürlich Aktien abstoßen mussten, weil wie gesagt, bei einer Direktplatzierung werden keine neuen Aktien ausgestellt. Das heißt, es bedeutet ja ganz klar, dass bisherige Investoren ihre Aktien abtreten müssen, sonst gäbe es ja quasi keine Aktien im Free-Float. Und dementsprechend wurden hier doch einige größere Verkäufe getätigt, wie beispielsweise vom CEO Brian Armstrong für knapp 290 Millionen Dollar. Dann hat noch ein weiterer Mitbegründer nochmal knapp 120 Millionen Dollar an Aktien verkauft. Und der Großinvestor Fred Wilson hat auch nochmal knapp 1,8 Milliarden Euro, also beziehungsweise Gegenwert an Aktien von 1,8 Milliarden Dollar verkauft. So kann man hier natürlich dann auch ganz klar davon sprechen, dass es hier, oder beziehungsweise das begründet natürlich auch, weswegen wir hier so einen volatilen ersten Tag gesehen haben. Bei so einer Direktplatzierung ist sowas natürlich immer etwas volatiler als bei einem klassischen IPO mit einer Kursspanne und so weiter. Seitdem läuft es für Coinbase eigentlich, also zumindest charttechnisch gesehen, für Coinbase nicht sonderlich gut. Wir haben hier in den nächsten Folgetagen eigentlich hauptsächlich deutliche Verluste gesehen und sind ja, sag ich mal, seit dem Schlusskurs am ersten Tag trotzdem nochmal beim Tief knapp 15% korrigiert. Das Ganze liegt durchaus auch daran, dass Coinbase sehr stark an dem Kryptomarkt, also an dem Cryptocurrency, also Kryptowährungenmarkt gekoppelt ist. Das kann man einfach ganz klar hierbei sagen, wenn man sich den Bitcoin-Chart anschaut, seit dem Coinbase-IPO hier vor ein paar Tagen, ist Bitcoin einfach sehr stark korrigiert. Bitcoin als größte Kryptowährung hier einfach mal als Beispiel. Und die Kryptowährungen verhalten sich prinzipiell immer relativ ähnlich. Wenn eine Kryptowährung, beziehungsweise Bitcoin korrigiert, können die anderen in der Regel auch. Wir hatten jetzt hier eine Bitcoin-Korrektur von, ja, im Maximum fast 28%, beziehungsweise etwas mehr als 28%. Und das hat halt Coinbase einfach in den letzten Tagen auch nochmal deutlich unter Druck gesetzt. Jetzt kann man natürlich hier auch wieder sehen, wir haben heute einen sehr starken Tag bei Bitcoin gehabt. Knapp 10% Gewinn, die anderen Kryptowährungen dementsprechend auch. Und zack, Coinbase auch sofort wieder hier den ersten Tag mal wirklich mit einem deutlichen Plus. Knapp 2,8% im Plus geschlossen, beziehungsweise noch nicht geschlossen, aber, na doch, die US-Währungen haben noch einen Moment offen. Dementsprechend kann man ja aber ganz klar einfach sagen, dass Coinbase hier einfach, ja, doch deutlich an die Kryptowährungen gekoppelt ist. Und das ist natürlich aus vielerlei Hinsicht ziemlich interessant. Denn wenn wir jetzt beispielsweise mal die Kurse hier übereinander legen, da sehen wir auch, dass man hier wirklich, ja, von einer ziemlich starken Korrelation sprechen kann. Hier jedes Mal, wenn es etwas stockt, wird es hier auch etwas stockender, sonst sind wir hier wirklich mit dem Bitcoin-Kurs gleichzeitig prozentual ähnlich gefallen. Und jetzt hier am ersten Tag, wo es wieder bei Bitcoin etwas, beziehungsweise etwas 10% nach oben geht, hat Coinbase hier natürlich verhältnismäßig zwar nicht so einen großen prozentualen Gewinn gemacht wie Bitcoin, aber Bitcoin ist ja vorher, sag ich mal, auch deutlich stärker korrigiert als Coinbase. Dementsprechend ist die Korrelation ziemlich groß, was aber auch ganz klar bedeutet, wenn Bitcoin, was es in den letzten Jahren einfach ganz klar gemacht hat, alle anderen Märkte und Assets-Klassen outperformt, dann kann man damit rechnen, dass das für Coinbase auch gelten könnte. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass beispielsweise, ja, Bitcoin noch den Bullrun weiter fortführt und vielleicht auf 100.000, 150.000, da gibt es ja viele ziemlich in die Luft gegriffene Preisziele, dementsprechend würde ich auch ganz klar sagen, ja, muss man einfach gucken, wenn jetzt Bitcoin oder generell der Kryptowährung im Markt einfach noch so weiter, so stark weiter wächst, ist das für Coinbase einfach eine ganz positive News. Dann wird das bei Coinbase auch definitiv sich auf die Unternehmensresultate, heißt Gewinn, Umsatz und so weiter niederschlagen, denn wenn einfach der gesamte Markt wächst, wird das Handelsvolumen bei Coinbase größer, heißt sie nehmen mehr durch Gebühren ein, das ist ja relativ selbstverständlich. Dementsprechend können wir hier natürlich auch von ausgehen, dass wenn wir wirklich bei Bitcoin oder bei generell vielen Kryptowährungen weiter diesen Trend sehen werden, dass wir einfach, ja, ganz enorme Anstiege haben werden, können wir davon ausgehen, dass das bei Coinbase eigentlich auch der Fall sein könnte. Zudem muss man ganz klar auch sagen, Coinbase ist ja nicht einfach irgendein hergelaufenes Kryptowährungunternehmen, Coinbase hält knapp 11,3% aller Kryptoassets, die aktuell existieren. Sie haben knapp 223 Milliarden in Kryptowährungen, also Gegenwert. Und das ist natürlich einfach, ja, das ist ein extrem enormer Teil und dabei, deshalb sieht man ja ganz klar schon, wenn jetzt die Kryptowährungen so stark performen, wie sie in den letzten Jahren das einfach getan haben, dann kann man davon ausgehen, dass hier Coinbase als Aktie auch ganz stark nachziehen wird. Ja, ich würde sagen, das war es aber soweit von unserer Einschätzung zu der bisherigen Kursentwicklung von Coinbase, beziehungsweise hier zu diesem News-Update, was seit dem IPO so passiert ist, beziehungsweise seit der Direktplatzierung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ja, dann schaut doch gerne mal auf unserem Kryptowährungen-Kanal vorbei, beziehungsweise auf unserem Kryptowährungen-Kanal vorbei, da bringen wir daily Videos zu Krypto und allen, ja, zu allen Kryptoassets, die es so gibt. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen, unterstützt uns auch und ja, ich würde sagen, das war es dann mal so weit von mir. Schönen Tag noch, ciao, ciao.